BITS UND SO Mit der Watch ging's los. Fangen wir mit der Watch an. Dann haben wir das Ding aus dem Weg. Sie haben in einer großen Vielzahl die Variationen und Kombinationsmöglichkeiten und Zubehör-Opportunities vergrößert. Du kannst jetzt alles in allen Farben haben. Wo gibt's? Ja, wir haben alles mal kurz umgeworfen. Beziehungsweise neue Gehäusefarben gemacht. Die sind ganz schick. Also du kannst jetzt das Gold auch günstig kaufen. Und neue Bänder gibt es. Das Stainless Steel, zum Beispiel Schwarz, kannst du jetzt separat kaufen. Das ging ja vorher nicht. Vorher musstest du jetzt Uhr mit dazu kaufen. Und solche Sachen haben sie erweitert. Sie haben mit Herms, so einen Luxus-Armbandhersteller gefunden, mit dem sie kooperieren, der jetzt auch eine spezielle Uhrenedition anbietet. Ich glaube, in Frankreich sagt man Hermès with cheese. Hermès with cheese. With cheese? Ja, with cheese. So wie Royal. Heute ist der Tag der Witze mit der langen Leitung. Ja, also Hermès ist so hier Modedingens mit so einem super Armband, was du dir zweimal ums Handgelenk schleifen kannst. Ich bin immer noch nicht sicher, ob da für diese 1200, ob da das Band, ob die Uhr dabei ist oder nicht. Die Uhr ist dabei. Ich hab's nochmal nachgelesen. Wieso ist denn die Uhr dabei? Ich hab's nochmal nachgelesen. Die Uhr ist dabei. Aber wieso denn? Ich habe keine Antwort darauf, außer dass die Uhr dabei ist. Beziehungsweise die Uhr, die Uhr muss dabei sein, weil es hinten eingraviert ist. Das Hermès. Und deswegen muss die Uhr dabei sein. Hermès ist ein stummes Herr. So wie Cheese. Okay. Okay, aber ich fand das, es gab ja schon länger die Diskussion, ob es da nicht andere Luxusmarken sich da noch irgendwie draufstürzen und eine super, was weiß ich, Tiffany's oder sonstige Modefirmen oder Schmuck oder was auch immer Luxusmarken sich da draufstürzen und eine Edition da. Und das ist der erste. Und ich glaube, da werden noch weitere nachfolgen. Das sieht ja auch irgendwie ganz nett aus und wenn man da irgendwie draufsteht dann. Aber es ist so, er hat auch einen Hörer geschrieben, so seine Frau hat irgendwie Rosé-Gold Apple Watch gesehen und wollte bisher keine und jetzt sieht sie die in Rosé-Gold und jetzt will sie eine. Meine ist fast ausgerastet, als sie das gesehen hat und sich eine Silberge gekauft hat. Ja, verdammt. Ja, ja, ernsthaft. Jetzt brauchst du noch eine. Ja, das ist schwierig, sagen wir es mal so. Aber ja, sie hätte schon von Anfang an lieber eine Rosé-Goldene gehabt, aber bisher war das halt eher keine Option aus verschiedensten Gründen. Das beantwortet ja auch und ja, ach so, wegen Preis, ja. Der sehr hoch war vorher, wenn man diese Frage ja so ein bisschen mochte. Ja, aber das beantwortet ja auch, glaube ich, die Frage, wann die nächste Watch kommt. Also, wenn jetzt neue Armbänder kommen und so weiter, ich glaube, das wird nicht zum nächsten Frühling, das wird schon auf jeden Fall Herbst werden, wenn überhaupt. Und ist schon interessant. Ich meine, das war ja so ein Produkt, das auf jeden Fall, da wartete man ja nur drauf, dass neue Armbänder kommen. und das ist ja auch ein sehr leichtes Produkt, dann noch mehr Zubehör einfach. Es gab ja schon mal Farben und Formen zu machen. Es gab ja schon mal so Fotos von irgendwie Johnny Ive ist irgendwo in, war das bei dieser Italienreise oder sowas, wo es ein Foto gab, wo jemand auf einem Tablett viele Armbänder in ungewöhnlichen Farben dabei hatte. Da haben wir uns gedacht, ah, oh, die hätte ich aber auch gerne. Und die gibt es jetzt, das ist doch schön. Aber ich meine, das ist doch jetzt das Ideale, selbst wenn du jetzt irgendwie, deine Frau hätte jetzt gerne das Rosé-Gold-Modell, ja, kannst du ihr nicht noch eine Uhr kaufen, aber du kannst ihr jetzt ein neues Armband oder so unter den Baum legen. Ja? Kann ich ja. Ist das jetzt nicht das ideale Geschenk? Nein, aber... Na gut. Ich kann mit dem Ding, es haben ja so viele, ich habe ja gesagt, so eine Taschenuhr wäre für mich vielleicht was. Aber es ist, jetzt gibt es auch die entsprechenden Anhänger und sowas. Aber das ist halt auch nix. Ja? Also selbst, wenn ich mein Armgelenk dann frei halten könnte, du willst ja auch nix irgendwie, weißt du, so Goldkettchen um den Hals mit der Uhr dran, ist irgendwie auch stilistisch schwierig zu verantworten. Naja, ich meine, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, in welcher Rapper-Combo du bist. Ich nehme noch so eine, ja, egal, aber das ist, Leo, ich meine, was heißt das nur? Ist die nächste Uhr dann irgendwie erst 2017 oder gibt es 2016 schon eine neue? Ja, Alex hat ja schon seine Prognose abgegeben, dass es in den Herbst wandert. Aber ich glaube, diese Bänder ändern einfach gar nichts. Die nächste Generation muss im Frühjahr raus. Das ist höchste Zeit, dass Generation 2 der Uhr kommt. Da helfen ein paar Bänder auch nicht. Die Bänder, die können sie ja einfach rauswerfen. Ja, was ist das jetzt? Herbst-Kollektion, da kommt dann nächsten Frühjahr vielleicht noch eine Frühjahrskollektion, dann kommt die nächste Herbst-Kollektion. Das kannst du ja bis zur Art Absurdum spielen, dieses Zubehörspiel. Absurd ist es wohl, ja. Ja, ist ja okay. Ich meine, wenn Leute halt irgendwie Gummibändchen für 70 Euro kaufen wollen, dann gibt Leuten Gummibändchen für 70 Euro und einen anderen gibt halt Lederarmbänder für 1000 Euro. Es ist ja alles okay, wenn es gekauft wird. Es heißt Flurerlastung, wenn ich gucke. Und soweit ist das ja okay. Und die Partnerschaft und diese Ur-Armband-Kombination mit einem mit eigenen Ziffernblättern, das ist schon eine clevere Geschichte. Die haben auch irgendwie schöne Kistchen, in die verpackt sind. Also die haben sich schon ordentlich Gedanken gemacht bei dieser Partnerschaft und das ist sicher nicht allzu dumm. Aber ich, für mich in meiner Vorstellung ändert das nichts an an der Roadmap, was die Hardware angeht. und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie deshalb das nächste Jahr weiter rauszögern. Und ich glaube, die Uhr schreit danach, in Generation 2 rauszukommen. Also jetzt haben wir erstmal WatchOS 2, das ist ja schon erfreulich genug und dann wird es Zeit für Generation 2 Hardware-seitig. Ich habe auch nicht bezweifelt, dass die Armbänder das jetzt verzögern oder so, also rauszögern, aber ich glaube einfach nicht, dass sie das so schnell erneuern werden. Also, dass die Uhr irgendwie nicht im Herbst passt, das mag vielleicht sein, aber für mich liegt es irgendwie noch im Moment nicht auf der Hand, dass das jetzt im Frühjahr noch eine nächste Generation gibt. Dafür kamen die auch zu spät irgendwie, so weißt du, bei den Endkunden an und so. Also, ich glaube, Apple ist da im Moment keiner Position, sich zu beeilen oder so. Also, das ist halt eh ein Produkt, was du extrem, was extrem lange brauchen wird, um einen Markt zu erreichen, weil beim iPhone war es ja auch so, dass es ewig gedauert hat, dass du überhaupt eine Anzahl von Leuten erreicht hast, aber jetzt brauchst du ja sozusagen erstmal, du brauchst ja erstmal ein iPhone, um die Uhr dann zu haben. was zwei ist, es war zwei Teile, die zusammengehören und deswegen, das wird so ein Slow Burner irgendwie über die nächsten Jahre. Ja, ist möglich, aber auch beim iPhone haben sie ja Generation 2, kam relativ schnell hinterher, also insofern. Also, halt gerade in Deutschland, weil du, also, Deutschlandstart war ja im Herbst und dann kam gleich im Sommer das nächste iPhone nach. Ja, ja klar, USA war es schon ein knappes Jahr oder ein Jahr, vielleicht ein volles Jahr sogar, aber, ja genau, Deutschland war es sehr knapp, also ich meine, das hält Apple nicht davon ab, glaube ich, ein neues Modell auf den Markt zu werfen. Aber klar, ja, ich meine, die Uhr könntest du auch in den Herbst verlagern, das ist schon richtig und wahrscheinlich, die werden ja sehen jetzt, wie die Nachfrage jetzt im Weihnachtsgeschäft ist und theoretisch ist es natürlich ein Produkt, was du vielleicht besser im Weihnachtsgeschäft platzierst, aber wir haben ja bei Apple inzwischen einfach nur noch Produkte, die im Weihnachtsgeschäft platziert sind, also hier Monsterveranstaltungen. Ich würde ja vermuten, dass die Uhr im Weihnachtsgeschäft einfach fantastisch läuft, ja, auch mit der neuen Auswahl, dass vielleicht sogar Leute, die jetzt die Erste haben und zu viel Geld haben, sich jetzt die nächste in Roségold noch dazunehmen oder noch ein Armband. Es schreit einfach so nach, die Schachteln passen hervorragend unter Bäume, ja, also es ist, ja, Klein und teuer, so haben wir es gerne, ja. Klein und teuer, so kannst du noch dazutun, weißt du, du hast ein Armband, wären nicht drei Armbänder noch viel toller, ja, und jetzt gibt es auch die teuren Armbänder einzeln, es gibt andere, gab es das am Anfang auch schon, diese Links einzeln für dicke Armgelenke, so für Holzfäger? Nee, das kam jetzt. Auch neu, ja, also ich glaube, dass das relativ fantastisch laufen dürfte, und ich glaube, es ist dann auch egal, weißt du, WatchOS 3 und 4 wird wahrscheinlich auch noch auf dem ersten Modell irgendwie laufen und dann ist die dann auch schon zwei, drei Jahre alt und dann willst du irgendwie auch die nächste. Deswegen glaube ich, so neue Modelle können sie jetzt dann schon fix nachschieben. Gehe ich von aus, Okay. Sonst was zur Uhr? Ich habe nochmal über die, so hätten sie die Uhr ohne, also hätten sie WatchOS 1 ohne Apps starten sollen oder nicht? Ich glaube aus technischer Sicht ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich mir jetzt wieder anschaue, was so der Blödsinn ist, der über so eine Veranstaltung geschrieben wird, wäre der Blödsinn vor einem halben Jahr gewesen, die Watch hat keine Apps und Leute hätten sich gemerkt, die Watch hat keine Apps und dann will ich sie nicht. Ja, auch wenn jetzt der effektive Nutzen von den meisten WatchOS 1 Apps gleich Null ist, wäre wahrscheinlich bei vielen Leuten oder die Furcht von Apple war vielleicht, kann ich mir vorstellen, dass bei vielen Leuten hängen bleibt, die Watch hat keine Apps und ist damit in meinen Augen, weil ich Apps so liebe auf meinem iPhone, nutzlos und deswegen haben sie halt diesen Krückstock da mit WatchOS 1 geschippt. Ja, unterschreibe ich so. Ja, und habt ihr schon jetzt mit WatchOS 2 irgendwas Sinnvolles entdeckt? Nee, also ich weiß gar nicht, ob es eine Möglichkeit überhaupt gibt, eine Beta-Apps irgendwie zu installieren, aber ich habe da noch nichts gesehen oder auch nichts verwendet und daher fühlt sich WatchOS 2 für mich fühlte sich lange Zeit einfach sehr unbenutzbar an, weil es sehr unbenutzbar war, aber die Vorteile, die dann wirklich softwareseitig sind, habe ich noch keinerlei herausgefunden. Also ich hatte die neuen Watch-Faces und solche Geschichten schon, aber das ist ja ein bisschen Spielerei, was interessant wird, wenn die Complications halt kommen von irgendwie Drittanbietern, Apps und so, die Software hat sich schon auch von meiner Nutzung einfach extrem stark eingeschränkt auf diese zwei, drei Apps, die man mal verwendet, aber wenn es halt irgendwie echt ein paar Sekunden dauert, dann ist es ein Problem. Leo, jetzt bei dir irgendwas, also weiß nicht, eben auch im Urlaub oder beim Autofahren oder was weiß ich, irgendwelche Uber-Taxis, wirst du nicht bestellt haben hier, aber... Ja, nee, also App-seitig ist jetzt das große Warten angesagt, ob und was da kommt mit WatchOS 2. Also die, es ist zum ersten Mal die Chance, dass da jetzt spannende Sachen nochmal richtig rauspurzeln, die man dann auch tatsächlich in der Geschwindigkeit nutzen kann, dass man sie nutzen will und die ursprüngliche Frage, inwiefern man überhaupt Apps auf der Uhr benutzen will, die ist halt wirklich ungeklärt. Ich meine, außer zu sagen, du machst jetzt irgendeine Tracking, also eine Fitness, Sport-Tracking-App zum Laufen an oder so, die dann natürlich einfach da mitläuft, mit der du aber praktisch ja auch nichts machst, außer die App einmal zu starten oder die Aufzeichnung zu starten, dann alles andere, ja, eben. Oder der Rest bleibt an Komplikationen hängen, weil die nun wirklich sinnvoll werden könnten, wenn da was Spannendes bei aufgefahren wird und die haben zumindest das Potenzial und dass du dann vielleicht ab und zu mal auch in der App wechselst, wenn die relativ schnell dann auch da ist und präsent, dann, ja, warum nicht? Aber so große App-Wunder würde ich mir da jetzt auch nicht erwarten. Die Frage ist, ob halt kleine, extrem nützliche Sachen kommen. Das wird ja schon reichen. Ist lustig, jetzt meine Woche in den USA, ich habe gemerkt, wie eine Komplikation sehr wichtig wurde, das ist die Zeitzone, also die Zeitanzeige, wie spät es gerade in Deutschland ist. Lustig, das faked man, kann man ja faken und kann man sagen, okay, das nützlich ist das oder kann das sein, aber wenn du es mal eine Woche lebst und wir haben es sehr stark gelebt, weil wir immer ständig Leute gefragt haben, wie ist jetzt in Deutschland eigentlich die Zeit und so weiter, dann war dir plötzlich so nach zwei, drei Tagen klar, darauf kannst du nicht verzichten. Also diese blöde Zeitanzeige auf der Uhr direkt, die dir die Umrechnung dieser Zeitzonen irgendwie spart, war extrem hilfreich und wenn du so eine Komplikation auch findest für was anderes, die du ständig verwendest, dann nicht mehr darüber nachdenkst, dass die halt, die ist halt immer auf deiner Uhr, dann könnte das kurz cool werden. Basti, du hast sie heute gar nicht dran. Ja, aus Versehen. Ich habe seit früh einfach nicht gepasst bekommen, dass die an den Arm gehört. Das ist total schockierend und das ist mir wirklich zu spät aufgefangen, weil ich dann gesagt habe, scheiße, jetzt fahre ich nicht nochmal heim. Das war echt blöd. Hast du vermisst? Ja, ernsthaft. Wofür? Zeit. Zeit? Gucken. Ey, komm. Also Zeit gucken und dreimal Siri. Timer stellen und solche Geschichten, das mache ich ja wirklich viel über die blöde Uhr und das, ich habe heute einmal schon mit dem Handgelenk versucht zu reden und dann so, nope, heute nicht und ja, hätte ich nicht gedacht. Ich habe mir das Jean-Mi Mi Band gekauft, das lag dann, das Mi Band lag dann irgendwie, kam aus Malaysia geschippt und lag dann fünf Wochen beim Zoll in Frankfurt und dann habe ich es einen halben Tag getragen und dann hat es mich so genervt, dass ich es sofort verschenkt habe. Also meinem Handgelenk. Mit dem Handgelenk ihr seid auch schon sehr besonders. Ja, das wird nichts mehr. Also weiß nicht, was man da machen kann. Wahrscheinlich nichts. Gut, soviel dazu. Soviel dazu. Reden wir gleich noch drüber, wo wir gerade von Software sprechen. Bits und so kommt heute mit freundlicher Unterstützung von Smile Software und die fahren halt auch so den dualen Ansatz. Es gibt schon Zeug im App Store, aber es gibt eben auch Software bei Ihnen selbst auf der Seite und sie haben jetzt für Bits und so Hörer ein Spezialangebot und zwar 20% Rabatt auf alle neugekauften Lizenzen, wenn ihr sie direkt von Smile kauft, weil da können sie diesen Deal im Shop machen. Also auf smilesoftware.com slash Bits und so könnt ihr gehen, kriegt dann den Rabatt für neue Lizenzen oder ihr benutzt den Gutscheincode Bits und so, wenn ihr den Checkout macht. Das gilt für 20% auf PDF-Pen für den Mac, Mac-PDF-Editor, für Signaturen, für Text, für Bilder. Es gibt eine OCR, eine Texterkennungsfunktion, es gibt eine Exportfunktion nach Microsoft Word und es gibt die Möglichkeit in bestehenden PDFs Schreibfehler einfach zu editieren. Es gibt auch 20% Rabatt auf PDF-Pen Pro. Es gibt dort die Möglichkeit interaktive Formulare zu erstellen. Ihr habt auf der Website dort alle Videos, wo das nochmal erklärt wird. Ihr könnt Webseiten zu PDFs konvertieren, und ihr bekommt auch 20% Rabatt auf Text-Expander, was euch jede Menge Fingerarbeit spart. Unbedingt zu empfehlen. Und auch ein sehr guter Tipp, ich habe ja mit meinem Shop sehr wenig Probleme. Das Hauptproblem ist, Leute vertippen sich bei ihren E-Mail-Adressen tatsächlich. Deswegen Kürzel für die eigene E-Mail-Adresse. Das ist voll großartig. Und für die Telefonnummer und für die Adresse und für die Bankverbindung fantastisch. Geht mal auf smile-software.com slash spitze und so, dann gibt es 20% Rabatt für die PDF-Pen, für PDF-Pen Pro und für Text-Expander, wenn ihr es über den Smile-Software-Shop kauft. Gilt nicht für E-Books und Upgrades, gilt nicht über den Mac App Store und ihr könnt es aber über den Web Store oder auch wenn ihr in der App seid und dann in dem In-App Store über den eigenen Dingens-Store. Weiß ich Bescheid. So eine Software kann ja auch einen Shop in sich selbst mitbringen und dann dort die Lizenz verkaufen. Die Gutscheine sind gültig bis Oktober Nummer 15, 15. Oktober sagen wir auf Deutsch und kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden. Bitte fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheke und dann gehen Sie zu smile-software.com slash spitze und so. Herzlichen Dank für die Unterstützung 20% auf viele tolle Sachen bei Smile und Smile möchte euch mitteilen, dass sie Podcasts lieben und wir lieben Smile. Das finde ich gut. Mit der Tastatur andere Sache um da kurz abzulenken. Ich habe keine wirkliche Aussage irgendwie gelesen, ob die jetzt toll ist oder nicht. Ich habe gelesen, man kann drauf schreiben, ich habe gelesen, man kann sich da auch drauf vertippen, wenn man zum ersten Mal dran steht. Man kann sich sowieso vertippen, wenn man im Stehen an so einem Apple-Store-Tisch steht und bla, aber ich habe jetzt nicht wirklich gelesen, ob die voll cool ist oder wie die im Vergleich zum Surface ist oder wie die im Vergleich zum neuen MacBook ist. Und das ist, was ja schwierig wird, weil die vom Surface finde ich persönlich richtig gut. Also ich habe da mal so zehn Minuten drauf getippt. Das ist jetzt natürlich kein exzessiver Test, aber ich war sehr, 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 sehr begeistert von dieser Tastatur. Diese etwas höhere. Genau, die so eine echte Tastatur ist und nicht so eine Quatschtastatur. Nicht nur diese Matte. Ist das jetzt besser als die Matte? Ist das so ähnlich wie die, wenn Sie sagen, ist es so ähnlich wie diese Butterfly, Butterfly, wie sagte man, Scherenmechanismus beim MacBook? Weil die Tastatur vom neuen MacBook mit USB-C ist ja sehr clicky. Ist das genauso clicky oder wie ist das bei dem? Würde ich jetzt mal von Haus gehen. Ich meine, dafür haben sie ja diesen Dome-Switch-Quatsch gemacht. Aber da ist man sicher auch, ich muss persönlich sagen, ich habe noch nicht mal längere Zeit auf der MacBook-Tastatur geschrieben. Waren da 500 Journalisten in dem Scheißladen oder nicht? Ja, offensichtlich haben die alle irgendwelche Drogen vorher gekriegt. Nee, aber auch der Anzahl der Stifte, ich habe es nur über die Pencils gelesen, dass sie anscheinend sehr limitiert war. Und ich meine, letztendlich, ich weiß nicht, wie aussagekräftig es ist, wenn du halt irgendwie zwei Minuten dran stehst und tippst. Also wahrscheinlich haben wir deswegen zu wenig gehört, weil es hat noch keiner mehr nach Hause bekommen. Es konnte sozusagen noch nichts auch nicht durchsickern. Es gibt kein Embargo. Das Ding kommt halt erst im November. aber ich hätte mir gewünscht, auch bei den allen Produkten jetzt, dass von dieser Hands-on-Area war ich diesmal von den Berichten, die da rausgekommen sind, extrem enttäuscht, weil einfach sehr wenig von Substanz dabei rumgekommen ist. Ja, zum Beispiel eine ausführliche, nicht, also sie muss nicht sehr ausführlich sein, aber ich hätte gerne eine Demo gesehen von so einer Apple-TV-App, sowas wie Netflix. Die war auf diesen Demogeräten installiert, aber ich habe kein Video aus der Hands-on-Area gesehen, wo jemand wirklich zeigt, wie lang braucht das Ding zum Laden. Weißt du, was mich immer aufregt, ist, wenn Leute Zugang zu einer Hands-on-Area haben von Produkten, die einfach noch so nicht verfügbar sind und ihr zählen Sachen, wie dann irgendwie das Produkt kommt jetzt in Farbe XY. Ja, 12,9 Zoll hat es. Da würde ich gerne einfach, also es kann nicht sein, dass du so mit solchen Informationen die Zeit verbrätst, anstatt irgendwie mal spannende Dinge auszuwählen. Ich hätte zum Beispiel, ich meine, ihr habt das gesehen schon, wie ist es denn jetzt auf dem iPhone 6S, wie reorganisierst du denn Apps, wenn du lange drücken musst, um die zum Wickeln zu bringen, irgendwie, im Gegensatz zu 3D-Touch und so. Sowas hätte mich zum Beispiel interessiert, ich habe kein Video dazu gefunden bislang. Wahrscheinlich musst du lange halten, aber nicht zu feste, sonst poppt es auf. Hätte mich interessiert. Wäre interessant gewesen. Aber haben wir nicht. Vielleicht haben wir auch nicht alle Videos angeschaut oder sie sind auf Periscope gelaufen und niemand hat sie versendet worden. War denn jemand von uns mal bei so einem Event? So ähnliche Sachen. Ja, so ähnliche Sachen. Ist man dann vielleicht nach, keine Ahnung, also so aus eigener Fanboy-Sicht, ist man denn nach so einem Event nicht irgendwie viel zu boah, 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 dass man noch klar denken kann? Ja, ich meine, Hands-on-Area, ich meine, da ist einfach, da ist halt super Drubel und da ist laut und Chaos, je nachdem wie groß und wie viel Zeit du hast und ich glaube, dass halt viele, das Problem ist, dass viele, die auch vor allem klassisch einfach irgendeinen Bericht machen müssen oder irgendwas kurz abliefern müssen, sind extrem unter Zeitdruck und sind unter extremen Informations-Overkill. Die Leute, die da in der Hands-on-Area rumstehen, können dir meistens keine sinnvollen Informationen liefern, also die bestätigen dir auch nicht irgendwelche Hardware-Specs oder liefern dir Details, sondern die können maximal dir mit ein paar Marketing-Floss-Vilen dienen, außer du greifst dir da wahrscheinlich Tim Cook ab und der wird dir sicher auch nichts erzählen. Und das heißt, was dabei herauskommt, ist nämlich genau, dass Leute dann vor den Geräten stehen und erzählen hier, das Ding kommt jetzt auch in Gold und droht Gold. Weil das halt ein Bericht ist, der halt für eine breite Gruppe dann gedacht ist und halt nicht auf irgendeine super spezifische Sachen eingeht. Also ich meine, das kannst du halt machen, wenn du eine Leser oder Zuschauer schafft hast, die eben an diesen super spezifischen Sachen interessiert ist und du da halt dich relax hinstellst und da mal in Ruhe das Gerät durchkaufst und dann halt irgendwie fünf oder zehn Minuten Video draus machst. Und dann halt auch, das war, ich glaube, The Verge vom Apple TV, der schneidet dieses Video auf 90 Sekunden runter. Der stand da fünf Minuten, hat fünf Minuten dem Ding beim Laden zugeschaut und hat das Laden weggeschnitten. Die eine Sache, die interessant gewesen wäre, wo du weißt, dass das Demogerät, was die Frau auf der Bühne benutzt hat, das ist halt getunt. Das ist so wie diese Aperture-Demos von Steve, wo du gesehen hast, dieser Rechner ist unendlich schnell. Der hatte eine SSD 1995. Ja gut, das ist ein großes Highlight. Eine große RAM-Disk, alles drin. Ja, ich weiß nicht, was du schon geredet hast. Ja, ja, definitiv. Ja, nee, Timur, ich meine, es ist ja völlig richtig und das stimmt auch, aber das ist halt genau die Problematik, also diesen Loading, das Lade-Ding, das willst du genau, du willst es sehen, du willst dir das anschauen. Ich würde, mich würde das auch interessieren. Aber ansonsten, die wahrscheinlich meisten Leute interessiert es nicht oder die interessiert es erst dann, wenn sie zu Hause von dem Problem stehen, dass sie nämlich ihr neu gekauften Apple-TV anmachen und dann lädt irgendwie die Netflix-App vier Sekunden und nervt. Aber gleiches Spiel mit den Watch-Apps. Willst du, hätte es dich vor dem Kauf deiner Watch vielleicht interessiert, dem Ding mal komplett beim Laden von der Uber-App, von der echten Uber-App zuzuschauen. Ja, von der echten, ja. Mich, ja, und dann hätte ich gesehen, oh, dauert fünf Minuten und dann ist das Auto schon weggefahren, ja. Ja gut, das war natürlich, das ist natürlich bei der Demo auch nochmal eine Schwierigkeit. Also ich meine, sowas wie die, Uber-App in der Hands-on-Kontext zu demonstrieren, ist natürlich knifflig, ja. Ich meine, was machst du da? Falsche Version installiert, die Autos stapeln sich da. Sie hätten genug Zeit und Platz gehabt, um da Autos rumfahren lassen zu können. Ja gut, du kannst sagen, Apple hätte genug Geld, um irgendwie sonst was zu machen, aber es ist natürlich schon so, dass du da mit gewissen Realitäten natürlich handhaben musst. Also ich, aber ja, das Problem ist, das Problem ist natürlich, ist existent. ist existent. Das heißt, die ernsthaften Sachen oder die ernsthaften, ja, die ernsthaften Erfahrungsberichte bekommst du erst, wenn das dann wirklich mal da ist. Aber wenn es halt jemand mal benutzt hat, einfach eine längere Zeit. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Squarespace, wenn ihr eine Website erstellen möchtet. Könnt ihr euch mal Squarespace anschauen. Ihr geht einfach auf squarespace.com, wählt dort den kostenlosen 14-Tage-Test an und könnt mal auf ein Theme auswählen. Ja, habe ich das gemacht. Hast du gemacht. Voll gut. Ich habe meine Webseite komplett gekillt, habe mir gedacht, machst du mal was komplett Neues, ging fix, ist einfach mal alles weg und dann fängst du von vorne an und dann suchst du dir ein Theme aus und sagst dir, okay, ich möchte mit diesem Hintergrundbild arbeiten und sagst dir, hm, ist das andere Theme vielleicht cooler? Gehst du da drauf und sagst, mach mal Vorschau und nee, machst du mal das? Oh ja, super, zack, installieren, fertig. So, dann hast du deine Website, wenn du dann nach den 14 Tagen sagst, nee, dann benutzt du den Gutscheincode BITS, B-I-T-S, dann gibt es 10% auf den ersten Kauf für Squarespace, Build It Beautiful. Ihr könnt an der Website selber auch schrauben, wenn ihr irgendwie JavaScript, CSS, HTML schrauben wollt, geht das. Ihr müsst aber nicht. Ihr könnt mit der neuen Version von Squarespace den meisten Content direkt an Ort und Stelle bearbeiten. Das heißt, ihr geht auf die Seite, seid eingeloggt und dann könnt ihr an der Stelle, wo es steht, einfach Überschrift ändern. Das ist voll großartig. Du bist auf der Seite, drückst die Escape-Taste und dann machst du und dann fährst du dein ganzes Bearbeitungszeug rein und kannst du da wunderbar an deiner Webseite rumbauen. Ihr habt diese Tools, ihr habt das Hosting mit drin, ihr könnt euch an den Support wenden, die euch dann per E-Mail helfen können, wenn ihr irgendeine Frage habt. Ihr könnt sicher sein, dass die sich um die Sicherheit und den ganzen Kram kümmern. Ihr bekommt alle Updates und Service und Zeug automatisch eingespielt, müsst ihr euch nicht drum kümmern. Geht los bei 8 Dollar im Monat, wenn ihr ein ganzes Jahr nehmt, dann gibt es die Domain gleich dazu. Ihr könnt ohne Kreditkarte den kostenlosen Test machen und wenn ihr soweit seid, euch anzumelden, dann benutzt ihr den Code BITS für 10% auf den ersten Kauf. Herzlichen Dank an Squarespace für ihre Unterstützung von BITS und so. Build it beautiful Squarespace. Sehr schön. Dankeschön. Aber dann haben wir jetzt ein Apple TV. Apple TV heißt der neue Apple TV. Klar. So wie das neue Neue iPad. Was war das neue iPad? Was war das neue 4? 3? Die 3er, ja. Und dann aber später. Ist der Apple TV auch schon der neue Apple TV? Die 3rd Generation. Aber von dem jetzt 2. Damals mal es den Neue gab, mal der neue Apple TV. Irgendwann fadet das dann aus in so Klammer auf dritte Generation oder so weiter. Aber erst mal heißt der Neue. 2. Generation Herbst 2012 Modell A17 543. Ja. Ja. Also hier, es hat ja auch auf der Website hat es hier einen neuen Top Level Dings gegeben. Oh ja. iPod ist ja rausgeflogen. Man kann ja jetzt Sätze bilden. Mac und iPad und iPhone Watch TV and here listen to music and need support. Richtig. Ja. Also der Fußabdruck von dem Apple TV ist gleich geblieben. 10 mal 10 Zentimeter. Er ist jetzt einen Zentimeter dicker geworden. Wissen wir noch nicht wieso. Ist auch sehr viel schwerer geworden. Ist egal, aber wir wissen noch nicht so recht, was drin steckt. Also weshalb ist der größer und mehr Speicher. Speicher, genau. Wir wissen ja, Speicher braucht viel Platz. Komischerweise haben wir ja, Entschuldigung, aber alle haben ja irgendwie Bluetooth 4.2 bekommen. Bis auf der Apple TV. Ja, das ist sicher nur Software Update. Okay. Ja, das, ich meine, was ist schon diese HomeKit-Geschichte, ja. Bluetooth ist das ganz ding. Wer weiß das schon. Also, it's all about apps. Das freut, ja. Wir haben also den Apple TV mit einem SDK bekommen und erst mal, was die Fernbedienung und sowas angeht, sie haben also mehr oder weniger, ja, nicht ganz, und das ist auch so ein bisschen verwirrend, teilweise die Funktionalität von der Remote App auf dem iPhone nachgebaut. Das heißt, du hast ein Slidy-Touchy-Pad. Ja. Man sieht auch in den Videos, dass die untere Hälfte von der Fernbedienung ist so ein bisschen Fingerabdruck-Magnet und die obere Hälfte ist so mattes Glas, so wie ein Touchpad halt auf dem MacBook auch ist. Also hast du oben schön und oben Fingerabdruck verschmiert. Aber egal. Und was du halt als entscheidenden Vorteil wahrscheinlich, stelle ich mir vor, hast, im Gegensatz zu der App, ist, dass du das Ende von diesem Glas und den Knöpfen spüren kannst im Daumen. Haben wir irgendwo einen Vergleich hier? Also du hast hier diese Fernbedienung, die dürfte so ähnlich groß sein, wie bisher ist, aber nicht mehr aus Metall, sondern aus so einem schwarzen Klotz. Und hat Lightning zum Aufladen unten dran, was mir gut erscheint, weil diese Knopfzelle ist zwar immer so ein bisschen, ne, will man sich nicht mit rumschlagen. Das Tasten auf dem Ding sind Menü, dann Home. Und wenn mal diese Knopfzelle rumschlagen, hast du jemals irgendwo eine Knopfzelle getauscht? Ja, zum Beispiel mit der Apple Fernbedienung. Ich nicht, weil ich die scheiß Dinger vorher mal verloren habe. Ja, das ist eine gute Strategie. Aber jetzt kommt ja dein Feature, die Handschlaufe. Da wurden wahrscheinlich große Begeisterungen ausgerüstet. Und die kannst du sicher auch in dein iPhone stecken. Genau, das ist meine Frage, wo ich mich schon den ganzen Tag drüber freue. Kann ich die Handschlaufe einzeln kaufen und kriege ich die in mein iPhone rein? Die werden wohl einzeln verkauft? Ja. Ich meine, stand irgendwo ganz großartig. Und das heißt, irgendwie müsstest du die einfach für in den Lightning-Stecker stecken. Für ungefähr 30 Euro vermutlich. kaufen können. Und dann kannst du die wahrscheinlich ja auch in dein iPhone stecken. Ich bin ernsthaft begeistert. Und auch in dein iPad Pro. 30 Dollar heißt ja 50 Euro. Ich hätte übrigens nochmal eine iPad Pro-Frage gehabt, aber jetzt sind wir auch schon durch. Ja, vielleicht schreibst du dir auf für die später. Ja, ist egal. Hast du eine Tastatur? Brauchst du Strom? Ja, da brauche ich tatsächlich lieber mal. Ja, also hier die Fernbedienung. Sie haben eine Home-Taste, die ist aber nicht mit dem iOS-klassischen Round-Rack irgendwie beschriftet, sondern mit einem Fernseh-Symbol. Na gut. Dann haben sie Siri, aber auch nur in den unterstützten Siri-Ländern. Ja, also ansonsten hast du da auf der Taste irgendwie was anderes. Wie hieß das? Hast du die Bezeichnung noch? Ich dachte, was hast du dann auf der Taste? Nicht Siri, sondern Suchtaste. Also wahrscheinlich eine Luke. Hatten sie? Ja. Glaube ich zumindest. Und es sind auch nicht alle Länder, die für iPhone-Serie unterstützt sind, sondern nur fünf Stück oder sowas. So, dann hast du Play-Pause und du hast Volume rauf-runter. Du hast in der Fernbedienung, die eigentlich mit Bluetooth funktioniert, einen Infrarot-Transmitter, um deinen alten doofen Fernseher zu bewegen, was möglicherweise auch interessant ist. Also sie haben diesen CEC-Quatsch drin, wo ein HDMI-Gerät das andere steuern kann. Ich habe bis jetzt nur Erfolg mit CEC, dass das Gerät, in dem Fall der Chromecast, den Fernseher auf sich umschaltet. Ja, genau. Das habe ich hingekriegt. Aber so ein Ausschalten und sowas noch nicht. Genau, ich auch nicht. Lautstärke auch nicht. Man ist sich nicht ganz sicher, ob das jemals schon irgendwo funktioniert. Es gibt Leute, wo es funktioniert, aber es funktioniert auch oft nicht. Ja, also ich habe es noch nicht hinbekommen. Aufladen ist schön, das ist ein Mikro für Siri. Die Demo von Siri war so Such mal Actionfilme. Dann, ne, übrigens Bond finde ich gut. Ne, übrigens nur die mit Sean Connery. Ja, also wie in der Sprechkabine im Grunde. Aber die Demo wäre halt auch so, solche ähnlichen Demos haben wir auch schon oft auf dem iPhone gesehen und das funktioniert in der Praxis halt nicht. Ich bin davon überzeugt, dass das ganz großartig funktionieren wird in den USA, solange du Englisch sprichst. In dem Moment, wo ich Filme mit Daniel Craig sehen möchte oder mit, man weiß es nicht genau, Matthew McConaughey. Boom! Ich kann halt hier Filme mit Till Schweiger, Matthias Schweighüfer und wenn ich Glück habe, mit Elias Mbarek angucken, aber bei dem letzten wird es schon super schwierig. Und ja, vielleicht möchte man hier aber auch nicht mehr sehen. Das ist ja das Problem, vielleicht haben sie das Problem erkannt, bin ich nicht sicher. Aber wieso nur fünf Sprachen? Haben sie da jemand hingesetzt, der irgendwie, Beispiel vom letzten Mal war Bridget Jones, dass sie irgendwie für Siri Bridget Jones in deutsche Lautschrift irgendwie übertragen haben? Aber das müssten sie ja mit allem machen. Ja, vielleicht algorithmisch. Vielleicht hat jemand erkannt, dass Schauspieler in Deutschland auch englische Namen haben und anders sprachen. Ja, also Franzosen, alles, ja. Also ich bin mir, ich bin mir ganz, ganz im Ernst, ich meine so lustig, dass es jetzt hier klingt, ich bin mir nicht sicher, ob Apple das inzwischen erkannt hat. Ich muss gestehen, ich habe dazu immer noch kein Radar aufgemacht, weil das ja nach wie vor mit Musik nicht funktioniert. Ich kann, muss mir momentan nach wie vor Foo-Figters wünschen, damit ich Nein. Ja, ja. Nein. Ja, damit ich Foo-Fighters hören kann, wenn ich Siri das sage. Mach mal Beats-One-Request Hashtags Hashtag Beats-One-Request nach den Foo-Figters. Foo-Figters. Ja. Wünsche dir die öfters in der Öffentlichkeit auch so irgendwo im Supermarkt an der Kasse. Wäre mal eine Challenge, die man akzepten könnte. Ja, oder? Wahnsinnig. Du warst der, der von den Kids ins Handy blärrt und so weiter, während du Foo-Figters die ganze Zeit sagst. Ja, so ist es aber halt. So ist es halt wirklich. Und ja, deswegen höre ich halt bei Apple Music nur die Ärzte, weil das funktioniert. Okay. Ja, und also ich kann mir halt, also von daher glaube ich halt nachher vor nicht, dass sie das Problem gelöst haben. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn dem so wäre. Ja, man kann ja hoffen. Ich meine auch, wir haben glaube ich noch nicht gehört, ob die, sie haben so eine anbieterübergreifende Suche, ja, dass du also suchst nach einem Filmtitel und der sagt, den haben wir bei iTunes, den haben wir bei Netflix und den haben wir bei Hulu. Aber das war es dann für die USA schon fast, ja. Was haben wir noch? Showtime und noch in einen, HBO. HBO und das bauen wir in Zukunft auch aus. Ist halt die Frage, ob das wirklich nur für approvede Partner auch geht oder ob es noch eine so Apple TV, Apple TV-weite Suche gibt über alle Apps, die dort drin liegen. Kannst du dich ja jetzt in 1.09, kannst du das ja jetzt auch schon machen. Du kannst ja sagen, pass mal auf, ich kann hier, ich kann hier Search machen, guten Tag und jetzt mach mal bitte mich in die Search rein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dieselbe Technologie auch im Apple TV haben werden, weil es macht doch keinen Sinn, so eine Siri so als Kernfunktionalität, als Sprungbrett in deinen Content, in deine Apps anzubieten und dann kannst du nur auf den pre-approved Quatsch drauf suchen. Ja, aber stell dir mal vor, du suchst eben nach einer Serie oder nach einem Spielfilm und kriegst halt YouTube-Ergebnisse dazu. Das ist doch Käse. Das willst du doch nicht haben. Naja gut, das ist halt dann die Frage, inwiefern das funktioniert. Also ob dann YouTube sagen kann, ich stelle mich für die Suche von Filmen und Serien zur Verfügung oder ob das halt, das nicht zur Verfügung steht. Ja, okay. Naja, das macht es aber halt knifflig letztlich dann doch. Also, weil so hast du halt, sagst halt, okay, du hast da jetzt in Anführungszeichen die klassischen ernsthaften Anbieter und wenn du natürlich jetzt einfach einen Riesendienst wie YouTube dazu nimmst, da kriegst du halt also wirklich allerhand Zeug wahrscheinlich mit, wenn du nach James-Bond-Filmen suchst. Ich meine, was du da bei YouTube als Vorschläge bekommst, da wird schon ziemlich haarstolmendes Zeug dabei. Ja, haben sie das irgendwie gezeigt, weil irgendwie, ich habe das jetzt nicht vor Augen, aber wahrscheinlich ist es ja so, dass du dann einfach, dass das sortiert ist nach Kategorie. Also, auch wenn selbst YouTube, die waren ja prominent abwesend bei diesen Erwähnungen. Wenn sie dazu kämen, dann würden sie halt auch nur drei Ergebnisse oder so angezeigt, wahrscheinlich, wenn da 3000 bei rausfallen. Und wahrscheinlich wäre das zu handeln. Und ich fände das schon wichtig, dass das, weil du willst halt auf YouTube, also Leute schauen YouTube. Ja, aber du, ich meine, du suchst, du hast halt so super geschleckte, gelackte Filme und Spielfilme, 3D-Wackelposter und alles sieht super aus. Und dann kommt halt irgend so ein Huns-Video dazwischen. Ich meine, was weiß der Welt machst du da? Also, das Layout ist ja erst mal relativ ähnlich wie bisher auch. Es ist ein bisschen aufgehübscht. Sie haben so, ich weiß nicht genau wieso, so ein 3D-Ding, so ein 3D-Dings irgendwie. Ja, muss schon weg. Da wollte er elegant aufstehen. Ja, das ist vollends geglückt. Man schaltet eine Kamera um und stolpert so ein Bild. Steht wie im Reh im Licht. Nee, aber das ist das Layout. Ich meine, was willst du groß machen? Du hast halt diese Cover-Art von Filmen und sowas und große Hero-Art obendrüber. Aber was sie halt gemacht haben, ist so Layer für diese Icons. Also auch für deine App-Icons musst du sogar, du musst Layer anlegen. Das Layer-Format ist so ein bisschen komisch und undokumentiert. Es gibt ein Tool, das heißt irgendwie Layer-Tool oder Layer-Util, was mit Xcode mitkommt und mit dem oder mit einem Asset-Katalog kannst du diese gelayerten Bilder bauen. Also ich weiß noch nicht, wenn jetzt irgendwie Netflix wird da nicht den Praktikanten hinsetzen und irgendwie die Cover da zusammen puzzeln lassen, sondern das muss halt automatisiert auf dem Server laufen. Ich weiß nicht, ob es da schon eine Lösung gibt oder ob das dann irgendwann reverse-ingeniert wird. Aber du hast halt so dieses Feature, dass so alles, was du so ein bisschen anwischst, dann hast du so einen kleinen 3D-Effekt auf den Icons und kannst so ein bisschen, also das Beispiel war bei dem einen Filmtitel siehst du halt, dass der Schrift, der Titelschriftzug so ein bisschen über den anderen Ebenen von dem Cover liegt. Das kannst du dir da eben zusammenbauen. Dadurch wirkt es ein bisschen lebendiger, wenn das Ding auch ein bisschen mehr Dampf hat, dann sollte das auch alles irgendwie schön flüssig laufen. Die Demo, die sie hatten, weiß ich auch nicht, wie das skaliert, wenn du so eine Liste von links nach rechts hast, wo du mit dem Daumen durchwischen kannst. So wie weit kannst du mit einem Wisch wischen? Sind da nur 20 Stück drin, dann bist du am Ende. Oder ist das so eine Liste über Netflix, da sind 100 Filme drin, dann wischst du halt weiter, weiter, weiter. Weiß ich nicht, ob das dann tatsächlich gut läuft. Ich hatte das Gefühl, dass halt einfach immer ein Abschnitt weiter gescrollt wird, also genau das reingeschoben wird, was du nicht sehen kannst vorher, aber auch das ist natürlich, so sah das für mich aus. Aber ich weiß nicht, wie sehr du variieren kannst von der Geschwindigkeit und so weiter. Ja, also das mit der Bedienung ist auch nicht hundertprozentig mir klar, auch wieder nicht aus den Hands-on-Videos wirklich ersichtlich, ob es einen Unterschied gibt zwischen dem, wie sagte man, zwischen dem Tappen und Klicken. Also ist auf diesem Glass-Pad, ist da ein klassischer Trackpad-Maus-Klick drin und ein Tap, weil der wird in deinem SDK auch unterschieden. Okay. Ja, bin ich mir auch nicht hundertprozentig sicher. im Simulator, es gibt einen Simulator in der Xcode-Beta, da hast du auch eine simulierte Fernbedienung. Die simulierte Fernbedienung funktioniert dann so, dass du auf dem Ding klicken kannst explizit oder du drückst auf der Tastatur Alt und dann wird jede Geste, die du mit der Maus über diesen virtuellen Fernbedienungs-Touchpad machst, in diesen Simulator reingeliefert. Das funktioniert sehr flüssig, ja, auch im Simulator, aber ich bin nicht sicher, ob das, wie das dann tatsächlich funktioniert. Deswegen ist auch sehr hilfreich, dass Apple einen Developer-Kit anbietet. Man kann sich auf der Developer-Seite als vorregistrieren und zwar noch bis morgen, also jetzt noch einen Tag, glaube ich, und dann wird in drei Tagen entschieden, wer einen bekommt. Seltsamer Mechanismus irgendwie kostet einen Dollar, um deine Adresse zu verifizieren. Was damit passiert, wie viele sie davon haben, alles unklar irgendwie. hey, musst du ihn zurückgeben, bezahlst du den vollen Preis, was ist damit? Aber du hast dann auf jeden Fall, wenn du das bekommst, hast du dann sechs Wochen Vorlaufzeit, um deine App zu machen, was echt nicht schlecht ist. Ich meine... Hätten sie mit den Uhren vielleicht auch mal machen können. Die Sache mit den Uhren, sie haben ja, wenn das Gerücht stimmt, haben sie ja das, den Apple TV eigentlich für die WWDC geplant gehabt und da müsste jetzt eigentlich schon eine Menge im Lager liegen. Dann können sie jetzt eben auch locker Developer-Kits rausgeben und dann in sechs Wochen irgendwie ordentlich Apps dafür haben. Wenn die Zukunft Apps sind, dann erwarte ich da zum Start dann noch so ein paar. Also nicht nur die, wirklich die spezielle Verbindung zu Apple haben, sondern halt ein paar mehr vielleicht. Und ich meine, es sind ja so ein paar Games auch irgendwie angekündigt schon auf den Seiten, um gucken, ob die dann alle so kommen. Naja, also ich meine, was an Games und hier Games & More steht drauf, sie haben also gezeigt, haben sie hier, was ist das? Crossy Road? Ich will ja mal Chicken sagen, weil es Crossy Road haben sie gezeigt und sie haben halt auch diese Shopping-App, so hier billig Designer-Mode-Zeug, so Shopping und sie haben, was haben sie noch gezeigt als drittes? Als App meinst du? Plette Aussätze, was haben sie denn noch gezeigt? Sie auch gerade nicht. Also Crossy Road hatte ja wirklich eine Demo. Also wir haben wirklich gespielt mit Controller und so weiter. Was ich, wir können ja mal drüber nachdenken, aber was wäre sich interessiert? Shadowmatic hatten sie noch kurz angesprochen. Genau. Was ein iOS-Spiel war. Was ein iOS-Spiel war, Rayman und auch das Transistor. Rockband-Geschichte. Genau, Rockband hier, das Wii U-Tennis-Spielen mit Musik-Unterstützung. 2006, das Grüßen. Naja, aber das war ja ein großer Erfolg und wenn du da schon einen Motion-Controller dabei hast in Form von der Fernbedienung, wieso nicht? Also das könnte schon, ist halt auch wieder die Frage, so ein Wii U-Spiel hast du irgendwie 40 Euro, 50 Euro gezahlt. Hier sind es dann wahrscheinlich fiese Schlumpfbären, oder? Ja, also je nachdem. Also das Interessante ist ja schon, dass wirklich da, ich habe mir da darüber Gedanken gemacht, weil die meisten Konsolen über diese In-Up-Kauf-Geschichte einfach einen Bogen machen bislang, weil es halt einfach nicht sehr gängig ist, dass du auch da irgendwie als Nutzer, der eine Xbox hat, sofort eine Kreditkarte hinterlegt hast, wenn du natürlich irgendwie da Abo-Mitglied bist, für eine Hürnegold-Mitgliedschaft und so weiter, ist das nochmal ein anderes Thema, aber hier kriegen wir jetzt eine TV-Box, die auch Spiele kann und da sind eigentlich alle Leute, die sich da mit ihrem iTunes-Account anmelden, weil es halt Apps gibt, musst du dich dann anmelden, gehe ich davon aus, dann hast du halt auch Kreditkarten hinterlegt und dann kannst du halt, dann kannst du halt schon solche Sachen machen, irgendwie nächstes Levelpack freischalten, 99 Cent und solche Geschichten und deswegen ist schon, daher finde ich es schon sehr, sehr interessant, weil das ist, es wird wahrscheinlich sehr casualig anfangen, aber ich meine, es sind Spiele wie Transistor genannt auf der Homepage, was so wirklich eine relative Hardcore-Science-Fiction-Nischen-Titel, so in Indie-Titel war das auf PC, so und der kam ja jetzt auch auf iOS und war, war, ist wirklich gut, also profitiert halt komplett davon, dass du den mit Controller steuern kannst und der passt halt auf den Fernseher schon ziemlich toll und da bin ich, bin ich schon gespannt, also wenn die da, wenn die das ein bisschen ernster nehmen und neben diesem, diesem neuen Fernbediener auch halt einen Controller anbieten, was ja jetzt schon die Dritt-Partys übernehmen, dann, also die Steals, wie heißen die Steals? Steals Series. Steals Series, die haben ja schon einen vorgestellt, Nimbus, der kommen soll für 50 Dollar, Euro und ja, also ich meine, also ganz im Ernst, Transistor auf dem Fernseher über den Apple TV mit dem Controller, ist cool, ist wirklich gut. Ja und wir hatten ja auch schon vor einer Weile diese Extended Controller für iPhone, iPad gehabt, die sollten da auch funktionieren. Jetzt zum Simulieren kannst du einen x-beliebigen Bluetooth-Spiele-Controller an deinem Mac hängen und kannst damit in den Simulator rein, wenn ich das richtig gesehen habe. vielleicht habe ich das nicht richtig gesehen, weiß ich nicht, aber das, es ist ein relativ, also sie hätten das Gaming-Ding aber noch stärker betonen können, als sie es getan haben, oder? Ja, ja und ich weiß noch nicht, also jetzt heute macht ihr eine Meldung die Runde, dass es irgendwie begrenzt ist auf 200 Megabyte pro Abinstallation und den Rest musst du irgendwie nachladen und das liegt in einem temporären Speicher. Ich weiß nicht, wie das, also Transistor ist glaube ich ein Gig groß, also ich weiß nicht, wie es funktioniert, also daher muss man mal abwarten, was da, ob es da irgendwelche Beschränkungen gibt oder so, aber ja, es stand nicht so im Mittelpunkt, wie es vielleicht hätte stehen können. Also diese Größenbeschränkung ist ja allgemein jetzt ein Ding, was iOS 9 macht und das ist wohl auch TV-OS, so heißt der Spaß, also kleinen TV, große OS, ist wohl von iOS 9 gefolgt, ja, also du siehst, du kriegst auch auf der Developer-Seite, kriegst du einen API-Diff von iOS 9 zu TVOS und dort bekommst du die, die, die gezeigt, was ist eben drin und was ist nicht drin, aber es ist auf Basis von iOS 9. iOS 9 bringt eben auch mit dem neuen App Store, der eben auch für iOS 9 gebaut ist, neues iTunes Connect hinten rum, dass du diese Assets, also Levelpacks und Kram und irgendwelche Inhalte eben in Xcode taggst, das heißt, du gibst einen Tag Level 1 und das wird dann von Xcode eigens eingepackt und in den App Store geschoben und deine App kann eben, sobald sie ihre, weiß nicht, 50 Megabyte Binary runtergeladen hat, kann sie eben anfangen, Level 1 runterzuladen aus dem App Store und der zählt eben nicht in die 200 Megabyte rein. Sobald du irgendwie, so ist die App sich, sobald du die Hälfte von Level 1 gespielt hast, kann die App sagen, hey, App Store, gib mir mal Level 2 und sobald du Level 2 anfängst, kann er auch dem System sagen, hey, du kannst das Level 1 wieder wegschmeißen und so solltest du den Speicherverbrauch von solchen Apps enorm eindämmen. Es ist auch auf dem Apple TV jetzt gerade ein Vorteil, weil du relativ sicher sagen kannst, also verhältnismäßig sicher sagen kannst, dass da Netz ist. Auf dem iPhone kannst du nicht vorab sagen, okay, der ist immer online und hat unbegrenzt Traffic. Aber hier geht das und insofern diese 200 Megabyte Beschränkung ist, glaube ich, gar nicht so tragisch. Man weiß halt noch nicht so genau, keine lokale Storage. Heißt das wirklich gar keine oder kannst du nur nicht sagen, ist die beim nächsten Mal noch da, wenn du die App nochmal startest? Ich glaube, das ist das weitere, ja. Was im Zweifel aber auch saumäßig blöde ist. Ja, wenn du halt weißt, dass das so ist, dann musst du halt damit rechnen, dass du immer wieder aus dem Netz nachladen musst. Ja, es kommt halt auf die Art von App an, die du baust. Also klar ist das für ein Spiel durchaus möglich, aber es gibt jetzt sicher Firmen, die haben Apps, die man auf einem iPad laufen lassen würde und sie an einen Projektor anschließt, aber die mit einem Apple TV viel mehr Sinn machen würden, die aber lokale Storage brauchen, um möglicherweise Mediendateien wie Fotos speichern zu können. Und das ist natürlich blöd, wenn du da gegen 200 MB-Wand läufst oder dann stolpert jemand über ein Kabel, machst du wieder an, oh, ja, die Fotos sind jetzt aber alle weg. Du hast ja schon lange so einen Mechanismus auf dem iPhone, dass du Sachen als temporär kennzeichnest und wenn das iPhone voll wird, was auch bei 16 Gig voll easy geht, dann wird halt Zeug ausgeleert und dann ist es halt weg. Ich meine, jetzt ist der Apple TV, den gibt es in zwei Ausstattungen, 32 und 64, was schon relativ üppig ist, wenn der meiste Videocontent sowieso gestreamt kommt. Korrekt. Du musst halt ein bisschen temporären Speicher haben, bereitstellen, dass du halt genug Speicher hast, um hier halt in der vollen Länge zu streamen. Aber der jetzige hat doch irgendwie 8 GB oder so und das funktioniert auch. Ich verstehe die beiden Speichergrößen nicht. Also ich meine, man kann mir Speichergrößen erklären, das ist das größere Modell und so weiter, aber ich finde es bei dem Apple TV eine komische, verwirrende Preisgestaltung. Ich glaube, sie ist wirklich nur deswegen da, dass du ein Gerät hast, was 150 Dollar kostet, anstatt gleich bei 200 und nur bei 200 zu sein. Aber trotzdem, das finde ich komisch. Das Flash, 32 Flash kostet halt irgendwie Apple wahrscheinlich 2 Dollar. Möglich. Oder einen. Ja, also sie könnten es genauso für 150 ver... Ich meine, oder... 32, 149, 64, 151. Aber ich meine, wenn du die 64 gar nicht erwähnt hättest und sagst, du gibst nur ein 32 Gigabyte, hätte wahrscheinlich auch niemand irgendwas gesagt. Ich finde einfach nur, die zwei Stufen, die machen keinen Sinn und ich bin mal gespannt. Also das wird meine erste Frage sein, wenn es das Ding zu kaufen gibt, gehe ich in Apple Store und frage, wie die offizielle Antwort ist, warum ich das größere kaufen soll. Also mehr Spiele installieren will. Ja, weil Apple gerne irgendwie 48, 50 mehr Gewinn hätte. Ja, also ich meine, diese Speicherstufen... Die Antwort hat ja Schiller gegeben beim Gruber im Interview, in dem er keine Antwort gegeben hat. Es gibt keine Begründung, außer wir finden das voll cool, nochmal auf jedes Gerät mindestens 100 Dollar draufzulegen, draufgelegt zu bekommen. Ja, aber das sind auch diese Geräte, die du mit dir rumschleppst und so weiter, die du offline hast und so. Wie du sagst, Apple TV kann man davon ausgehen, dass der Netz hat und Sachen nachlädt und so weiter. Das ist eher so alles so temporärer Speicher irgendwie und ich verstehe nicht, warum man dann irgendwie die für 50, 55 Dollar irgendwie so eine Einschränkung von ja, 32 Gigabit Speicher, zusätzlichen Speicher irgendwie macht. Ja, also das wird auch beim iPhone ist es am absurdesten, finde ich. iPad auch, gut, aber beim iPhone mit der Kamera, das ist einfach schwierig. Also ich finde das gerade hier beim Apple TV total seltsam, weil wir jetzt in einem, also wenn ich mir jetzt ein iPhone kaufe, dann kann ich abschätzen, also vielleicht nicht jeder, aber da kann ich oder ein halbwegs mündiger Käufer, der ein bisschen versteht, wie die Technik funktioniert und mal weiß, wie das Internet funktioniert und dass man da Text lesen kann, der kann sich jetzt ausmalen, reichen mir 16 Gigabyte, brauche ich 64 Gigabyte oder müssen es 128 Gigabyte sein aus Gründen XYZ. Bei dem Apple TV habe ich keinerlei Vorstellung. Also selbst ich habe keinerlei Vorstellung, reichen mir 32 Gigabyte. Ich weiß ganz genau, ich werde mit dem Apple TV keine Fotos machen. Das wird einfach nicht möglich sein, weil da keine Kamera drin ist. Ich weiß, ich werde damit keine Videos aufzeichnen. Wenn ich mir Videos anschaue, weiß ich meistens, dass ich mir die einfach aus iTunes streamen kann und werde. Da brauche ich keine 32 Gigabyte Speicher, weil ich fünf Filme mir dahin speichern möchte. Aber ich habe halt wirklich absolut nicht im geringsten eine Ahnung, wie viele Apps wird es dafür geben, wie viele Spiele wird es dafür geben, wie viel durchschnittliche Größe braucht so ein Spiel und so weiter und so fort. Das ist alles was. Ich möchte jetzt nicht in den Laden gehen müssen und mich für eine Größe entscheiden und danach möglicherweise feststellen, das war die total falsche Entscheidung. A, weil ich niemals 64 Gigabyte brauche, weil ich mehr oder weniger nicht mehr als 16 Belege auf dem Gerät oder B, weil ich dann feststelle, ja, 32 war einfach zu wenig. Du hast dir das falsche Gerät gemacht. Selbst so ein Riesenspiel wie GTA 4 belegt in der PC-Version halt 16 Gig. Ja. Gibt es GTA 4 für das Ding? Potenziell irgendwie ja. Möglich, ja. Aber so in der Größen, aber das ist schon eins von den größeren Spielen irgendwie. Selbst da kannst du in irgendwie Kapitel aufteilen, dass du wahrscheinlich nie mehr als gleichzeitig eine DVD brauchst oder 8 Gig oder sowas. Ja, aber das kann ja jetzt sein. Jetzt muss ich mir halt überlegen, wie groß könnte mein Spiel XY werden? Wie groß könnte dieses werden? Dass das Lustige ist, Entschuldigung, ich habe dich voll unterbrochen, aber du hast komplett recht. Du bist eigentlich in der Situation, wo du nicht über diesen Speicher nachdenken würdest. Also das ist Speicher, man kann ja beim iPhone drüber nachdenken, weil du Sachen... Weil ich zum Beispiel viel Video aufnehme, dann möchte ich also mehr speichern. Das weiß ich vorher, aber das ist, wie du sagst, darüber möchte ich mir keine Gedanken machen müssen. Hier sprechen wir halt über Speicher, den du nicht bestimmst in der Art und Weise. Ja, ganz genau. Also weil du sagst, ich nehme jetzt 5 Stunden 4K-Material auf, das geht auf dem Apple TV nicht. Auf dem Apple TV bist du darauf angewiesen, was dir an Speicher zugeteilt wird, ohnehin schon. Und dann ist es eine komische Einschränkung, wenn du dich im Vorfeld entscheiden musst, wie viel Puffer ich dafür irgendwie bezahle. Und wenn du eh keine Einschränkung, also wenn du eh keine Eingriffsmöglichkeit hast, du fängst ja nicht an, irgendwie Sachen zu löschen manuell oder so. Du musst dir darüber keine Gedanken machen, aber du musst dir plötzlich bei diesem Gerät über die Speichergröße Gedanken machen im Vorfeld. Und das ist so ein Move, so ein Nicht-Apple-Move. Also das ist was, das ist eine Entscheidung, die mir hätte abgenommen werden müssen, um dieses System für mich so angenehm und einfach wie möglich zu machen. Also wenn ich es schon nicht sagen kann, wie soll dann der Durchschnittskunde, der da reinläuft, wie soll der es sagen können, welche Größe er denn haben will? Klar sagt ihm der Specialist im Store, der guckt ihn kurz an, hat dann hier seine Sales-Tricks, die er gelernt hat in seinem heimlichen Vulu-Meeting und dann sagt er, ja, der sieht mir so aus, als könnte er sich 50 Taken mehr leisten. Sagt er, naja du, also du solltest dir lieber die 64er-Version kaufen. Dann kommt der kleine Student drin, nein, dem kaufen wir, verkaufen wir lieber einen billigeren als gar nichts, du kaufst dir mal besser 32, das reicht für dich völlig. Ist das vielleicht so der Ausgleich dafür, dass wir jetzt das RAM im Mac günstig bekommen? Gut, hinkt ein bisschen, aber egal. Die andere Sache ist jetzt mit dem SDK, was ich sehr interessant finde, der kommt in zwei großen Geschmacksrichtungen und zwar die eine Version von dem SDK für Apps ist gleich oder zumindest sehr ähnlich wie das, was die alten Apps auf dem Apple TV 2.3 gemacht haben, nämlich die Logik ist ein bisschen JavaScript und das Layout ist ein bisschen XML und damit kannst du also UI bauen, die so ähnlich ist wie die bisherigen Apple TV Apps. Das heißt, du hast irgendwie insgesamt sind es vielleicht zehn verschiedene Layouts mit Bild oben, Bild links, Bild rechts und eine Liste in verschiedenen Geschmacksrichtungen und einen Knopf und eine Tastatur und das war es dann aber auch schon. Bisher war das, glaube ich, so, das weiß ich nicht sicher, aber das habe ich so ähnlich gesehen bei solchen Watchever-Kandidaten und sowas, dass der Mutterprozess sozusagen von Apple kam früher, also die App, die gelaufen ist, war eine von Apple und die hat eben in dieses JavaScript XML reingerufen und hat das dann angezeigt und jetzt ist es so, dass die App, das bisschen C-Code kommt von dir selbst, das wird von dir in Xcode erstellt und das wird in den App Store hochgeladen und das wird dann vom User runtergeladen, das heißt, du hast so ein kleines bisschen C oder Swift, was du, mit dem du deine App verpackst, aber das ist nur so ein 10 Zeilen Boilerplate, wo drin steht, meine JavaScript-Datei liegt da, hol die mal. Und damit kannst du die einfachste Art von TV-Apps eben mit JavaScript und XML bauen und das können sehr viel mehr Leute, als jetzt eine volle Objective-C oder Swift-App zu bauen. Das heißt, vielleicht auch um die Kompatibilität zu diesen alten Apps noch zu behalten, weil die haben jetzt 50 Kanäle irgendwie für HBO und Kram dort reingebaut, die funktionieren mehr oder weniger auf die gleiche Art und Weise weiter. Das ist also die eine Möglichkeit, dass du mit JavaScript und XML deinen Webentwickler hinsetzt und der kapiert das hoffentlich alles und kann dort deine Videobibliothek irgendwie reinschmeißen. Und das sieht automatisch gut aus. Du hast also keine Möglichkeit, irgendwelche Sachen irgendwo schief hinzuschieben, weil es garantiert im Apple-Layout kommt. Und mit der nächsten Version iOS 10 sieht das immer noch genauso aus und richtig aus. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, du nimmst deine normale iOS-App, geschrieben in Objective-C oder in Swift und benutzt sowas ähnliches wie UI-Kit, also eine normale App, so wie sie auf dem iPhone oder iPad auch laufen würde und du hast die komplette Freiheit, alles zu tun. Also du kannst alle Views hinlegen, wo du möchtest, hast, du hast einen neuen Mechanismus, woher die Touch-Fernbedienung weiß, wo das nächste Element ist. So ähnlich ist es auf dem iPhone ja schon für VoiceOver. Bei VoiceOver hast du ja auch so eine Reihenfolge, wie der VoiceOver-Cursor durch die einzelnen Elemente durchgeht. Und so ähnlich ist es hier auch. Du musst also dich ein bisschen drum kümmern, dass die Elemente so angeordnet sind, dass es eine logische Reihenfolge gibt, wie der Cursor, wenn du ihn schubst, über die einzelnen Elemente drüber geht. Jetzt hast du dort eine Version von UIKit, die so ähnliche Sachen macht wie UIKit auf dem iPhone, aber alles ist ein bisschen größer und die Abstände sind ein bisschen anders und lalala. Und du hast ein paar Möglichkeiten nicht. Nämlich eine ganz wichtige Möglichkeit, die du nicht hast, ist eine WebView. Das fehlt nämlich. Das heißt, du kannst auf keinen Fall so eine schäbige Smart-TV-HTML5-Schrott-App nehmen und da drauf kippen. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso die WebViews fehlen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also schadet sich ja auch jetzt nicht unbedingt. Ist natürlich auch ein bisschen schade, weil man hätte natürlich noch einfacher Zeug dafür bauen können, aber wir wissen halt, was dabei hinten rausfällt. Also ich glaube, verhältnismäßig, ob du jetzt so eine schrottige HTML5-App machst oder das JavaScript-XML dort baust, da kannst du auch gleich. Das ist ein extra Aufwand im Vergleich zu, ich nehme das, was ich schon habe, aber es ist jetzt nicht besonders und es kann halt nicht hässlich, also es kann schon hässlich werden, aber es kann nicht so hässlich werden, wie wenn es komplett selbst gebaut ist. Ja, genau. Und das fand ich schon spannend und wenn du halt, gut, UI-Kit und Zeug hast, kannst du halt auch Spiele und Metal und die ganze normale C- und Swift-Geschichte dort reinbauen. Das heißt, wenn du jetzt etwas ein ambitionierterer Entwickler bist, sowas wie, sagen wir mal, Netflix oder so, dann kannst du halt alles machen, was du auf dem iPad auch hast und du kannst deine iPad-App, wenn du schon eine hast, relativ easy da drauf bringen. Ja. Ja. Also das Potenzial für, wir bekommen in sechs Wochen einen Riesenhaufen Apps, ist glaube ich ziemlich gut. Ja, definitiv und es ist halt jetzt auch wieder, also die, ich glaube, dass der, dass das, Gott, deutsche Wörter, jetzt fallen, dass der Ansporn, das war ein bisschen schwierig jetzt, dass der Ansporn für Entwickler hier auch deutlich höher ist, weil wir wieder in einer neuen Kategorie von Gerät sind. Also wir haben jetzt hier kein Touch, also wir haben natürlich schon ein Touch-Gerät über die Fernbedingung, aber wir haben jetzt hier nicht das typische Touch-Device, wie wir das von iPhone und iPads schon schon gekannt sind. Wir wissen, dass der User in einem komplett anderen Setting ist, also der, der hängt nicht irgendwie von Lean Forward, weißt du schon, wie man das auch mal auf Deutsch übersetzen mag an der Stelle, der nicht an seinem Gerät, sondern der liegt, hängt auf seiner Couch und möchte jetzt Dinge konsumieren. da ist die Herangehensweise an, wie man mit diesem Gerät interagiert, eine ganz andere. Ich muss mich nicht darauf bestrengen, dass eine Interaktion mit meiner App nur sechs Sekunden dauern darf, wie das halt auf so einer Uhr mehr oder weniger sinnvoll ist, sondern wenn ich da auf der Couch rumfläte, und mit der Fernbedienungsspiel, dann ist der Zug irgendwas Vernünftiges zu tun vermutlich eh schon abgefahren. Ich kann also hier viel mehr Quatsch machen. Also es gibt eine neue Version von den Human Interface Guidelines für den Fernseher. Das meiste, was, wenn man sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, was man auf so einem Fernseher sinnvoll machen kann, dann ist das alles relativ einleuchtend. Aber es ist trotzdem nochmal gut, das alles aufgeschrieben zu sehen. So was macht Sinn, was macht weniger Sinn. Also welche Design-Elemente gibt auch Apple jetzt für diesen JavaScript-Schmarrn vor und was kannst du damit anfangen? Was willst du anzeigen? Willst du viel kleinen Text dort eher nicht? Ja, also deswegen auch alle diese Design-Elemente, die du in den besseren TV-Apps sowieso schon findest, was Netflix auch macht. So Text ist mehrfach aufklappbar und du kriegst nicht so einen Balken Text vor die Füße geknallt, sondern du hast halt auch keine modalen Dialoge, sondern wenn du einen, weiß nicht, Username eingeben, dann hast du ein Fullscreen-Keyboard, Fullscreen mit einem Textfeld drin, um dort irgendwie das Zeug einzugeben. Also da sind viele interessante Sachen drin, wenn man auch mal darüber nachdenken möchte, was kann man da machen. Aber es ist jetzt nicht der komplett neue Anfang. Also es ist jetzt nicht, so habe ich letztes Mal gefragt, so hat Apple irgendwie so, wir haben es geknackt, das Problem. Weiß ich nicht. Also es ist schon viel vom Gleichen. Ja, ja, definitiv. Eine Sache, ich weiß, das geht jetzt so ein bisschen, also haben wir noch, haben wir noch was hier ganz close to the matter? Es geht jetzt so ein bisschen in die Meta-TV-Ebene weiter. Wir haben noch ein paar, also was, merkt ihr das mal kurz? Schreib es dir auf vielleicht. Ich bin deutlich über 30. Ja, nee, was noch interessant war, fand ich, das fand ich das nächste Beispiel, danke für den Tipp vom Hörer, MLB, Sport. Das war insofern interessant, als weil, dass das viele Ami-Sportarten halt so Statistik-Wahnsinn irgendwie noch nebenbei liefern. Ich weiß nicht, ob das, also ich meine, gut, hier von Sky muss man nichts erwarten. Die sind froh, wenn sie irgendwie, dass der Fernseher bunt ist und sich bewegt. Aber wenn, wenn man da noch, hatten wir bei der WM zum Beispiel, haben wir ja hier mit, mit Dirk und Nikolas geredet, dieses Second-Screen-Ding, dass du eben zum Spiel andere Kameras, Perspektiven und Zusatzstatistiken und Zeug sehen kannst, was bisher eigentlich nur der Sportreporter gesehen hat. Ja, wenn das vielleicht interessant ist für diese Art von Sport. Fußball, glaube ich, bietet sich auch ein bisschen an für solche Zusatzinformationen oder bei ZDF, ARD hatten so eine Trainerkamera. Da siehst du, wie der lustige Kasper am Spielfeldram rumspringt und schreit. Wenn dich das interessiert, kannst du es eben auch sehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Leo, ich arbeite an deinem Fernseher. Ich weiß. Ich habe schon Angst. Es sieht gut aus. Zu Recht. Dann kannst du dir in so eine Shanghai-Kiste an. Große Angst. Keine Sorge, du kriegst zuerst Pressemitteilungen. Ja, ja, die bekomme ich ja schon täglich. Die stellen ziemlich viele Fernseher vor. Ja. Nee, aber ich meine jetzt die, 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 das ist halt die Frage so ein bisschen, wenn, willst du, wenn du jetzt dich aufs Sofa mit einem Bier hinhaust, willst du dort, dass da vorne irgendwas passiert oder willst du da selbst irgendwie Statistiken nachlesen und da voll dabei sein oder kannst du dir jetzt schwer vorstellen, aber überleg mal, wie wäre das denn? Ja, also ich meine, der Sportkontext, der ist für mich halt nicht relevant. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn ich Sportsendungen auf den Fernseher schauen würde, dann fände ich das vielleicht auch interessant. Die Frage ist halt, ob da nicht wirklich, wie weit dieser Zug schon abgefahren ist und wenn man das sowieso machen möchte, ob man dann nicht wirklich den Zweitbildschirm, also das iPhone oder vielleicht das iPad dann dafür benutzt und diese Kombination mit dem Fernseher halt nach wie vor vielleicht nicht so übermäßig wichtig ist. Also ich meine, die waren ja nicht nur Zusatz, also auch die Geschichte, dass du halt Siri kurz mal fragen kannst, wie halt das Wetter draußen ist und so weiter. Aber ich meine, musst du sozusagen unbedingt deinen Fernseher dann dazu befragen oder schnappst du dafür dann sowieso das iPhone? Also das mit dem Wetter, das kann ich komplett, also da habe ich auch während der Präsentation so ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil das ist halt irgendwas, was nicht passt und ich weiß auch nicht, warum sie das dann unbedingt vorgestellt haben, aber die eine Problematik hast du halt, die eine Problematik hast du, dass du, wenn du zum Zweitbildschirm greifst, um irgendwas rauszufinden, was Bezug nimmt auf den Content, der auf deinem Fernseher läuft, hast du immer diesen Disconnect, dass du schauen musst, wo du diese Information findest und die App, die auf dem Fernseher läuft, die kann ja diesen, die weiß, was du schaust, die kann dir diese Zusatzinformationen mit einem Tastenklick bereitstellen. Ja, du willst, wenn Bundesliga, letzter Spieltag, irgendwie drei Teams können absteigen, dann weiß diese App im besten Fall, ich muss zwischen diesen drei Partien hin- und herschalten oder ich muss sie parallel zeigen oder ich will es nicht wissen, ich will mich überraschen lassen und ich zeige dir nur die oder so. Also so klassische. Und das kriegst du halt nicht, wenn du dann anfängst, irgendwie hier auf Sport XY zu surfen, wo du halt, wo du, wo der Content einfach nicht, also oder wo dort die Intelligenz nicht herrscht, was du gerade weißt oder mit was für einem Vorwissen du kommst. Und das könnte halt, könnte halt interessant werden, wenn man das halt gut umsetzt und das ist halt im Moment sehr einfach implementiert. Ja, aber diese, die Basketball-Geschichte war schon, interessiert mich halt auch null, aber war halt schon ganz gut, sah ganz gut eingepflegt. Aber das ist ja ein bisschen dann ein Problem, was auch einfach nur natürlich letztlich die Anbieter lösen können und gar nicht so sehr Apple. Exakt. Ich meine, Apple kann natürlich ein bisschen von der technischen Infrastruktur dir bieten und die Möglichkeiten, die dann tatsächlich halt bereitgestellt werden können, aber letztlich ist es ja eine Frage, was bietet der jeweilige Programmbereitsteller dann an Zusatz. Das war übrigens bei der WM auch nicht komplett uninteressant, weil die, also FIFA oder irgendwie der technische Dienstleister von der FIFA hat, stellt, also wenn du jetzt Fernsehsender bist, du bist jetzt die, stell mal, Basti Chef, du bist die ARD. Moment, kann ich ein Bündel Geld haben, das ich verbrenne und rumschmeiße? Genau, richtig. Und du gehst also zu FIFA, sag guten Tag, bitte einmal WM, dann geben die dir einen, nicht einen Feet, sondern 15 Feets von Videosignal und ein XML-Feed mit allen anderen Daten, die es so gibt. Und jetzt mach du mal irgendwas und verpack das in eine App. Und du bekommst also irgendwie digitale Daten angeliefert und den Videostream und die Statistiken und wer ist, wie lange in welche Richtung gelaufen und so weiter und du kannst was draus machen. Und ich nehme an, so ähnlich wird es bei anderen größeren Sportveranstaltungen auch sein, dass du halt als RTL zu Formel 1-Dingens gehst und sagst, Bernie, mach mal hier XML und dann kriegst du halt irgendwie die Daten von den Rundenzeiten geliefert und kannst irgendwas draus machen. Ja. Oder du machst halt nix draus und setzt irgendwie so einen Kasper hin und sagst, ja, war schnell eben. Ja. Das hat Zukunft, habe ich gehört. Da stehen die Leute drauf. Weiß ich nicht. Vielleicht stehen sie drauf. Vielleicht, der Hörer hat gerade geschrieben, er findet hier Formel 1 auf BBC voll toll, weil die halt so ein neunfach gesplittertes Bild dir schicken mit allen Kameras, die sie haben. Das ist auch bekloppt. Weiß ich nicht. Also, das stelle ich mir zumindest vor. Das war damals auch hier bei, damals noch Premiere, war das ein Verkaufsargument. Du kannst so in die Cockpit-Kamera von Michael Schumacher einsteigen. Ich weiß nicht, ob das jemand wirklich benutzt hat, ob das toll war oder ob du halt da die Übersicht komplett verlierst, weil du halt nur was willst. Ja gut, aber ich meine so, da kannst du dann selber entscheiden, ich möchte das sehen und du bist irgendwie näher dran am Schumi. Und ich glaube, das ist, ohne jetzt irgendjemanden, der so einen Sport besonders toll findet, zu nahe zu treten, aber da gibt es schon solche Leute, die da ganz besonders sind. Aber ich glaube, die wichtige Erkenntnis, glaube ich, nur die, dass jetzt mit dem Up-Framework, so wie wir es jetzt eingebaut haben, sodass die Anbieter entscheiden können oder einem Spektrum, begrenztes Spektrum entscheiden können, was sie dir bieten, einfach weg, nicht nur das lineare Fernsehbild oder die lineare Episode oder was auch immer zeigen, sondern dass du gewisse Eingrufsmöglichkeiten hast oder Gestaltungsmöglichkeiten. Und ob das genutzt wird, ja, und ich meine, so DVDs hatten auch, irgendwie so blöde Interaktionen, interaktive Features, die kein Mensch genutzt hat, alternative Enden und so weiter, hat nie einer irgendwie angeschaut. naja. Gibt es Leute, die haben so das Zeug gesammelt und dann, aber, ja, aber ich meine, das ist halt schon spannend, dass das halt so, dass du als Anbieter mehr Content kreieren kannst, als ein Bild von, läuft von Sekunde 0 bis Sekunde 5.000. Ja, also ich, ich weiß nicht mal, ich finde bei Formel 1, das ist es schon, also Formel 1 schreit natürlich eigentlich nach sowas, das finde ich schon ziemlich perfekt. Also wenn ich, wenn ich Formel 1 schauen würde, dann würde mich das auch schon interessieren, würde ich gerne, tatsächlich gerne den Bildschirm aufteilen, ob ich jetzt gleich irgendwie neun oder mehr sehen würde, das wäre mir wahrscheinlich auch irgendwann Overkill, aber dass du, dass du die Option hast, dich da irgendwie verschiedene Kameras an den einzelnen Fahrzeugen zu wählen, plus Übersicht, plus irgendwie Streckenabschnitte oder was auch immer, halt angeboten wird, das finde ich schon ziemlich gut. Also ich weiß auch, bei der Weltmeisterschaft, ich fand, eine besondere, eine Kamera gab es auch, neben der Trainerkamera, die tatsächlich ziemlich hervorragend war, es gab eine Kamera, die hat einfach immer einem Spieler gefolgt und das war so surreal, weil die machen ja 80% der Zeit gar nichts. Stehen irgendwie rum, schauen so, ja und der stand einfach immer, stand immer einer so am Spielfeld rum, hat so gar nichts gemacht und drumherum auf dem anderen Bild hast du gesehen so, ja, ja, und so fast Tor und einer stand immer so da so, das fand ich sehr lustig. Ja klar, ich meine 20 von den, 20 Mann langweilen sich die meiste Zeit und haben den Ball nicht. Ja, aber die machen dann auch nichts. Wenn die Leute, die ins Stadion gehen, die wissen das ja wahrscheinlich und für mich war das neu. Ja, also das hat man, ich meine, das kennt man dann auch, wenn man, also wenn du vor dem Übertragungswagen sitzt und siehst halt, wie auf den meisten Kameras die meiste Zeit halt Mist läuft. Ja. Oder halt irgendwie, er spielt mit seinem Zoom oder irgendwas und ich meine, das ist auch lustig, wenn du solche Sachen dann irgendwie siehst oder auch wenn du, da sitzt ja irgendjemand, der entscheidet sich jetzt, jetzt guckst du mal irgendwie, das hat glaube ich auch so zehn Minutenweise oder irgendwas dann gewechselt. Ja, ja, ja. Also war das zehn Minuten bei Schweinsteiger oder was auch immer und dann zehn Minuten bei andere Spieler kenne ich nicht. So echt. Okay. Und ja, also das ist dann gut. Ich habe da nochmal, ich bin ja gerade im Zurückspülmodus, Zurückspül, Zurückspülmodus. Alex, du sagst es vorhin, das Wetter anschauen auf dem Fernseher ist für dich irrelevant. Oder ist, nein, ist irrelevant. Das macht man ja nicht, weil dann nehme ich mein Telefon raus und Leo hatte das bestätigt. Leo ist an der Stelle für mich jetzt kein, kein Maßstab, weil er da eigentlich nicht mitreden kann. Weil ich kann, Leo, ich könnte dich natürlich jetzt fragen, wie viele Stunden am Tag läuft dein Fernseher? Ich kenne die Antwort schon. Ja, das ist sehr einfach. Das ist, muss man Timo fragen, wie lange Leos Fernseher momentan nicht am Tag läuft. Man weiß es nicht. Oh nein. Aber hier die Frage an die restliche Runde. Alex, Timo, wie lange läuft euer Fernseher am Tag? Es ist unterschiedlich. Also er zeigt sehr wenig Live-Fernsehen, sondern er zeigt Netflix oder Amazon oder sowas. Zwei Stunden, wenn es hochkommt? Er kommt drauf an, wenn du halt irgendwie Netflix anmachst und der ist im Endlos-Modus, dann läuft er endlos. Und dann fragt er, bist du noch da? Ja, klar bin ich da. Okay. Alex? Ich habe ja kein Fernsehen hier. Ich habe ja nur On-Demand sozusagen und deswegen läuft der Bildschirm schon oder den restlichen Tag, wenn einer vergisst, ihn auszuschalten oder so. Ganz genau. Das ist sehr schön, dass ihr mir so in die Karten spielt. Das kennen wir nämlich aus einem US-Haushalt ganz anders. Da läuft der Fernseher die ganze Zeit. Und wenn der Fernseher die ganze Zeit läuft, dann ist es super einfach, die Fernbedienung, die irgendwo dann liegt, da ist halt die Frage, welche Fernbedienung nimmst du die vom Fernseher in der Küche, die Fernbedienung vom Fernseher im Schlafzimmer oder die Fernbedienung vom Fernseher im Wohnzimmer und sagst mal rein, wie wird denn das Wetter morgen? Während du dir die Medizin putzen ist mit Siri vielleicht ein bisschen schwierig. Während du keine Ahnung irgendwas tust. Während du bügelst, dann kannst du schnell in deinen Siri-Fernseher sagen, wie ist das Wetter morgen? Du siehst auf einem großen Bildschirm, wie wird das Wetter morgen? Weil der Fernseher läuft sowieso schon. Du musst den nicht erst einschalten, um ihn dann zu fragen. Und du musst nicht bei irgendwas anders tun, dein Telefon auszahlen. Das ist ein guter Punkt, aber ich meine, die Apple-TV-Box ist ja nun doch gerade eigentlich auf dieses On-Demand-Schauen ausgelegt. Ja, aber was schauen denn die Leute? Die schauen halt Netflix im Endlos-Loop aber halt den ganzen Tag lang. Mein Punkt war nur der, dass es eine Frage, wie das Wetter halt völlig losgelöst ist von dem Content und ich finde es eher spannend, dass Ups jetzt auf dem Fernseher laufen und die darauf reagieren, was du schaust und wie lange es du schaust und so weiter. Und Wetter ist immer so ein Beispiel. Geh mal raus jetzt, Wetter ist gut. Schaust schon seit vier Stunden. Geh mal raus. Immer Wetter. Hier ein Notification Center Wetter. Ich habe überall so viel Wetterinformation. Ja, aber Wetter ist essentiell. Sagen mir Leute, genau. Außerhalb des Hauses essentiell. Im Haus manchmal essentiell. Das einzige Wetter, was doch interessiert, ist doch so, so regnet es und bräune Jacke. Alles andere ist doch wurscht. Nee, Temperatur. Ja, das ist bräune Jacke. Ja, das ist einfach nur, kann ich so raus oder bräune Jacke? Und brauche ich zu der Jacke noch einen Regenschirm oder nicht? Und das ist alles, was ich wissen muss. Es ist doch völlig egal, ob das jetzt irgendwie 13 oder 17 Grad sind. Gewagte These, aber gut. Also, ja. Okay, dann müsste man dir einfach irgendwie so Ja oder Nein dastehen. Genau. Statt der Temperatur so Ja, Nein. Rausgehen, Ja. Ja heißt Jacke und Nein, Nein. Ja. Nein heißt nicht rausgehen oder nichts anziehen. Die große, großartige Swacket App. Genau das ist die Wetter App für dich. Sehr gut. Ich habe jetzt diese Regen, Regenwarner Dingsbums. Das ist gut. Das ist eine von den beiden Informationen. Und die zweite ist dann, ja. Jetzt, wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit dem Store auf dem Fire TV. Beim Fire TV gibt es auch zwei große Möglichkeiten, Apps draufzubringen. Das eine ist, du schreibst eine Android App. Die andere Möglichkeit ist, du schreibst eine HTML5 App. Die HTML5 App, die haben auch so eine super Launch Experience. Da siehst du nämlich so wie der Android Browser aufklappt mit einem Tab oben, wo dann drin steht hier irgendwie Fire TV, HTML, bla. Nicht so rund, aber geht. Und dann hast du halt da diese Apps. Und es ist auch keinerlei Kontrolle, keine Review. Und das führt halt dazu, dass der Fire TV App Store ein Müllhaufen ist, dass es nur so scheppert. Da hat irgendwie letzte Woche, ich habe da mal reingeschaut, du kannst so Liste nach neue hinzugefügt sortieren. Und da hat irgend so ein Kasper so 400 Apps reingekippt. Immer die gleiche App, nur mit einem anderen YouTube-Kanal drin. Super. Ja, und dann immer der gleiche Beschreibungstext hier, watch very good online TV with Namen hier einfügen. Das wird doch sicher so eine Bude gewesen sein, die so App-Stanz, YouTube-Kanal-Stanze macht. Aber halt wirklich Hunderte. Und das ist, ich meine, das ist doch nichts, also ja. Das bringt ja keinem weiter. Nee. Also das könnte hoffentlich besser werden. Ich weiß nicht, wo auch da wieder die Bergwerksschranke ist. Was lassen sie rein? Das ist jetzt die spannende Frage. Kommt ein, kommt ein, also ich glaube ja, um das vorwegzunehmen, kommt ein Video-Player, der Videodaten von einem lokalen NAS spielen kann, kommt der in den Store für den Apple TV. Gleiche, ich würde sagen, gleiche Richtlinie. Gibt es den auf dem iPhone? Wenn ja, dann ja. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, weil da gab es heute Diskussionen, ja, aber das würde ja iTunes kannibalisieren und so weiter und so fort. Ich würde sagen, ja gut, nee, glaube ich nicht. Ich glaube zum Beispiel auf dem Fire TV ist einer von den möglicherweise Plex oder irgendwas in der Richtung ist geflogen, weil die irgendwie ein Plugin für Piraten-Shop hatten. Direkt, direkt Plugin, sehr schön. Nee, aber ich glaube, ich glaube Apple, also es ist so eine Vorstellung, also manchmal stimmt es ja vielleicht, dass Apple da so ein bisschen aufs eigenes Geschäft schaut, aber das ist glaube ich ihnen so, die verdienen ja auch mit den Inhalten nicht wirklich irgendwie große Summen. Und deswegen, Apple ist nicht so jemand, die sagen irgendwie so, ah, das gehen uns hier, derjenige kauft dann keine iTunes-Show oder so. Was ja auch völliger Unsinn ist, weil das war meine Argumentation, derjenige, der sich auf seinen Lokalen des NAS Videos oder Serien draufschmeißt, die ja aus, von Piraten-Shop.de ist jetzt gerade ein schlechtes, schlechtes URL-Beispiel. Piraten-Shop.de. Warte, 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 warte. Da kann man so, Bisch, 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 mal kurz. Bin bei Pirat. Pirat-Shop.de. Das ist natürlich Laden, wo du so kostet. Oh, wurde super. Backel als Kleeblatt, Glücksbringer, Gürtel, Schnalle. Totenkopfring. Totenkopfring. Die Leute hätten sowieso nichts gekauft bei iTunes, um meinen Gedankengang abzuschließen, den ich selber habe eskalieren lassen. Die haben ganz schicke Patronengurte. Das ist super. Champagnerrüttelbretter, das ist doch mal was. Was ist denn mit dem Champagnerrüttelbrett? Die Auflistung von Shop-Kategorien ist sensationell. Ich muss mir das mal genauer anschauen. Bolotis? Will man das wissen? Bolotis. Bolotis. Mit Kuh-Longhorn-Schädel. Sehr gut. Champagnerrüttelbrett. Gute Sachen. Das sind so Dinger, wo man Champagnerflaschen reinstellt. Mit dem Kopf, mit der Flasche nach unten. Ich dachte ja bisher immer, diese Dinger sind dafür da, dass die Dinger sicher stehen und nicht rumrütteln. Dass sie dann noch Rüttelbrett nennen, das erscheint mir ein bisschen absurd. Aber ich glaube, wir schweifen leicht ab. Ich glaube, du willst den du willst den Rest von der den Bodensatz aus der Flasche so langsam rausrütteln, nicht wahr? Ja, und dann stellst du dir so ein Brett hin, wo du fünf Dinger hinlegst, dass sich dann die halbe Krut runterlegen kann. Nee, du willst du willst die Flasche schrittweise immer steiler stellen, damit der Bodensatz zum Korken läuft. Ist das nicht so? Ich habe dazu zu wenig Alkoholerfahrung, um das zu verstehen. Top-Angebot, schwarzer Gürtel, letzter Verkauf, weißer Gürtel. Aber mit weißen Pyramiden-Nieten. Leute, die einen schwarzen Gürtel gekauft haben, haben auch weiße Gürtel. Also Shop ist super. Shop.de hochgradige Empfehlung. Kein Sponsor, aber super. Noch kein Sponsor. Wo waren wir? Wir waren, also ich war ja noch ein bisschen entsetzt von dieser ganzen, also dass ich mir Airbnb-Appartements auf dem Fernseher angucke. Aber Home-Shopping bin ich da ein bisschen abgedreht. Ja, also mein Kopf war einfach so, das ging so irgendwie so. Bäm. Wie diese bei Futurama, diese Club-Spiecher, die sich so draufsetzen, Und genau so war ich, wie er das gelaufen ist. Das war ja, also das war echt Gehirnamputation. Das war alles. Hast du mal QVC geschaut? Ja, aber das schaue ich ja mit großem Vergnügen dagegen, bevor ich da irgendwie mir so einen Mäntel auf meinem Fernseher durchscrolle mit der Fernbedienung. Das war so skurrile Kippen. Das ist so, da geht die Menschheit zur Grunde wirklich. Ja, Mantel, klicken, klicken. Ja, echt. Ja, echt Mantel kaufen. Ich meine, hier in München startet wohl jetzt bald hier Amazon Prime Now, wo du halt sagen kannst, jetzt mach mal irgendwie, weiß nicht, eine Flasche Cola und dann kommt die in der Stunde. Ja, genau. Da musst du nicht mal aufstehen. Sagst du nur, Fräulein Siri, bitte mach mal hier Amazon Prime Now App auf und dann kommt das wie Pizza bestellen, nur halt für Mäntel. Ziemlich gut. Ziemlich gut. Also da freue ich mich ja auch schon. Es gibt ganz viele Startups in San Francisco, wo du mir immer wieder erzählt, die jetzt so Magic machen. Die machen alles für dich. Die kannst du texten, kannst du sagen, ich brauche Hilfe hier. Und dann schreiben sie zurück, ja, wann, womit und dann sagen sie, was kostet. Und da kommt wirklich, also kommt immer einer und der Auftrag komplett flexibel und so total wilde Geschichten. Bitte fahre, bitte fahre meinen Wagen vom Flughafen in ein Parkhaus. Ich habe direkt davor geparkt. Schlüssel steckt. So, so. Wird super sein, ja. Und dann parken wir das für dich. Okay. Ja, gute Sache. Ja, hört sich gut an. Witz und so kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Pond5. Das ist eine Seite, auf der ihr, wie sagt man, Stockgrafiken und Videos. Das kann ich, was der deutsche Begriff dafür ist. Irgendwas mit Stock. Nein, ihr könnt dort, wenn ihr irgendwelche Art von Content produziert und ihr braucht Platzhalte, ihr braucht Bilder, ihr braucht Motion Graphics Templates, ihr braucht Musik, Soundeffekte, all diese Dinge, dann könnt ihr bei Pond5 gucken. Ihr habt dort Medienelemente, die ihr dort lizenzieren könnt und die eben dort von kreativen Menschen eingestellt werden und über Pond5 vertrieben werden. Die haben eine globale Community von Künstlern und teilweise auch die höchsten Auszahlungsraten an diese Künstler. Das heißt, Leute stellen dort ihr Zeug ein, bekommen Anteil von dem Geld, was ihr bezahlt und ihr könnt das dort lizenzieren. Ihr könnt dort, ja, es gibt auch so eine Royalty-Free-License, die, wenn ihr auch selbst dort verkaufen möchtet, könnt ihr sagen, was ihr mit dieser, mit dem Content machen könnt, was andere damit machen können, sollen und was ihr, könnt ihr dann jeweils dort rausfinden. Ihr könnt auf euren nächsten Kauf bei Pond5 25% Rabatt bekommen mit dem Code Bits und so und ihr spart sozusagen das Geld schneller, als ihr sagen könnt. Action. Steht hier? Okay, das ist gut. Das ist ein ziemlich guter Spruch. Also es ist ein One-Stop-Shop für alle eure Bedürfnisse, was so kreative Medien, Snippets und Stockfotos und Videos und Motion Graphics, Sound und Musik angeht. Ihr könnt, ihr bekommt das alles unter einer Lizenz, die sicherstellt, dass ihr keine Probleme habt und ihr könnt sicher gehen, dass derjenige, der das eingestellt hat, auch einen Fernpreis dafür ausgezahlt bekommt. Ihr geht einfach auf Pond5.com, sucht euch dort mal raus, was es dort so gibt an Packages. Ihr könnt die verschiedenen Lizenzen anschauen. Ihr könnt schauen, was es an 4K-Video gibt, an Templates auch für Apps, für Websites und so weiter. Musik, Soundeffekte und so weiter. After Effects Vorlagen, Photoshop-Dateien. Und dann könnt ihr 25% Rabatt bekommen mit dem Code Bitsundso. Kennst du auch, ne? Dem Code Bitsundso oder Pond5? Pond5. Ja, da haben wir schon diverse Dinge gekauft, weil man braucht ja schon mal für so eine Webseite, brauchst du mal ein Foto von irgendwie Leuten, die in einem Club tanzen. Ja, da gehe ich nicht in irgendeinem Club und mache ein Foto und frage, wo habe ich erlaubt? Sondern da gehe ich auf Pond5 und gebe ein Dancing Club, bam, und dann kommen da halt N Fotos raus und suche mir das Schönste aus, werfe Geld ein und dann habe ich das. Und das dauert mich, das braucht mich halt irgendwie drei Minuten und ich muss nicht erst irgendwie selber Fotos machen. Kann ich empfehlen. So. Gut, herzlichen Dank an Pond5. Guck mal auf Pond5.com und der Code ist Bits und so für 25% Rabatt, was auch sehr ordentlich ist. Ja, bin gespannt und ich glaube, es dürfte sich alles auch, am gespanntesten bin ich natürlich auf den Apple TV. Das heißt auch, ich habe jetzt eine gewisse Hausaufgabe. Bits und so auf dem Apple TV wäre natürlich sehr schön und ich gucke mal, ich habe mich auch um so ein Gerät beworben. müssen wir mal sehen, ob das klappt und ja, ich glaube, das war es für heute, ne? Fertig? Ganz kurz angerissen, El Capitan, 30. September. 30. Wunderbar. Ja. Und iOS 9 dann nächste Woche schon. 16. Ja. Wenn wir die nächste Folge machen, ja. Das, was haben wir denn? 16. 16. ist erst der Mittwoch. Mittwoch, das sieht doch gut aus. Ja gut, dann machen wir das. Dankeschön fürs Zuhören. Viel Freude. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Ich könnte ernsthaft einfach auf der Stelle in diesem Stuhl einschlafen. Ja. Ja. Ja.